Привет Moidruck! Im Title Update 4.0.0 von Ghost Recon Breakpoint wurde außer dem Set Russischer Veteran, das ich bereits in einem anderen Video vorgestellt habe, auch das Set Taktische Ausstattung Russisch eingebaut. Das Set kostet in der Vorab-Version, in der ich dieses Video aktuell aufnehme, 700 Ghost Coins. Es kann aber sein, dass sich der Preis für die finale Version noch ändert, deshalb der Preis ohne Gewehr. Das Set enthält vier Ausstattungsteile. Die Weste 6B46, das Oberteil russische Sommerjacke, den Helm 6B47 bedeckt und die Hose russische Sommerhose. Alle Teile des Sets können farblich angepasst werden, kommen aber auch schon ohne besondere Farbauswahl in Russisch-Digitaler Tarnung daher. Durch die manuelle Auswahl von Russisch-Digitaler Tarnung wird die Farbe etwas kräftiger und durch die Farbauswahl bei der Weste werden die Magazintaschen, die im Original schwarz sind, ebenfalls mit Russisch-Digitaler Tarnung ausgestattet. Außerdem ändert sich das komplette Gurtzeug von schwarz zu oliv-grün. Gib dem Video einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal. Bis dann mein Freund, ich freue mich auf dich. Wir sehen uns, oder? Bis zum nächsten Mal. Пока, увидимся!